Es ist der mächtigste Männerclub Österreichs neuen Herren, die nach Ansicht vieler das Land beherrschen. Die Macht der Landeshauptleute geht über die Bundesländer, in denen sie regieren, weit hinaus. Nächstes Jahr im Superwahljahr 2015 verhandelt die Bundesregierung mit den Landeshauptleuten wieder ums Geld. Da haben die neuen Landeschefs eine sehr bequeme Position. Sie geben das Geld nur aus. Steuern einheben kann nämlich fast nur der Bund. 94,5 Prozent der Steuereinnahmen gehen nämlich direkt an den Finanzminister. Dann wird verteilt im sogenannten Finanzausgleich. Der Bund verteilt das Geld an die Länder und Gemeinden. Doch was einfach wirkt, sieht in Wirklichkeit so aus. Über die Jahre hat sich ein verworrenes System an Transferzahlungen und Ausgleichszahlungen zwischen den Behörden entwickelt. Mehrere hunderttausend Transfers werden Jahr für Jahr zwischen den Gebietskörperschaften hergeschoben. Allein die 216.000 Überweisungen zwischen den Ländern und Gemeinden kosten 33 Millionen Euro pro Jahr. Untertitelung im Auftrag des ZDF für Jahrzehnt.